Das Talent der Woche. Unser Verkehrsminister Alex Dobrindt hat ja bekanntlich vor allem eine Passion. Schach spielen. Briefmarktsammeln. Trägt gerne karierte Sakkos. Ähm, ja, und natürlich? Die Pkw-Maut, oder? Ja. Ja, die Maut natürlich. Doch der Alex hat jetzt eine ganz neue Leidenschaft entdeckt. Singen. Mensch, Alex, Superstar. Die neue Helene Fischer des Bundeskabinetts. Und mit diesem Song kommst du bestimmt groß raus. Das macht Spaß. Ich geb das, ich geb das. Der Experte der Woche. Aufatmen bei Angie und dem Rest der Welt. Endlich zieht echte Kompetenz ein ins Weiße Haus. Gestatten, die Expert Trump Junior. Vielleicht hätten Sie lieber ihn wählen sollen als seinen Vater. Man sagt ja immer so schön, die Jugend ist die Hoffnung der Gesellschaft. Und Trump Junior, schlau wie du bist, wenn du es gar nicht mehr mit deinem Crazy Papa aushältst. Sach Bescheid. Super Angie rettet dich. Die hat ja ein großes Herz für Flüchtlinge. Das Reggae-Feeling der Woche. Die hier, die wollen Jamaika nach Kiel holen. Echt jetzt. Kiffen. Popmali. Dreadlocks. Marihuana oder sowas. Ja, keine schlechte Idee, aber nee, die Jamaika-Koalition natürlich. Im Saarland hat das ja schon mal richtig supi geklappt. Ähm, nicht. Und auch Mutti findet Jamaika echt klasse. Jamaika. Das sind Illusionen, das sind Hirngespinste. Ach Mutti, entspann dich erstmal. Bei denen in Kiel läuft das bestimmt voll gechillt. was she needs help. Es ist eine gute Idee. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020